Kapitel 14 Dort, oben Kurz bevor er den Stein an den Alten erreichte, bog Atjon nach links ab und lief quer über die Stufen der Bibliothek. Im Vorbeigehen warf er noch einen Blick auf den mächtigen Bau. Ein Schauder packte ihn, als er an dessen unheimliche Bewohner dachte. Nun war die Bibliothek wieder in düsteres Schweigen gehüllt. Wahrscheinlich hatten sich die Hüter der Stille in ihre dunklen Ecken zurückgezogen, leckten ihre Wunden und bereiteten sich darauf vor, es den nächsten Abendfeurer mit doppelter Münze heimzuzahlen. Erneut sah er Danielas bleiches Gesicht vor sich. Der Brachmaner hatte einen Grund gehabt, sich vor diesen Kreaturen zu fürchten. Hatte er geahnt, welches Schicksal ihm bereitet war? Hatte er den eigenen Tod in seinen Albträumen gesehen? Seine Leiche lag nun für immer im Magazin der Bibliothek, eng umschlungen von seinem Mörder. Und wenn diese Bestien nicht einmal Ars verschmähten? Atiom schüttelte sich. Ob er jemals den Tod dieses Menschen, der nach zwei Tagen schon fast sein Freund geworden war, vergessen würde? Nein, Daniela würde ihm noch lange im Traum erscheinen. Wie er da lag und versuchte, mit seinen blutigen Lippen Worte zu formen. Als Atiom den breiten Prospekt betrat, ging er noch einmal meldiges Anweisungen durch. Immer geradeaus, nicht abbiegen bis zum Gartenring. Hoffentlich würde er den Gartenring erkennen. Außerdem die Straßenmitte meiden, aber sich auch nicht zu nah an die Häuserwände drücken. Schließlich, und das war die Hauptsache, vor Sonnenaufgang bis zur Smolenskaya kommen. Die berühmten Hochhäuser des Kalinin-Prospekts, der oft auch Neuer Abad genannt wurde, kannte Atiom von vergebten Ansichtskarten. Nun lagen sie in einer Entfernung von etwa einem halben Kilometer vor ihm. Noch war die Straße von einer langen Reihe niedriger Stadtvillen gesäumt. Am Ende machte sie einen leichten Knick nach links und mündete in den neuen Abad. Aus der Nähe waren die Umrisse der Gebäude gut zu erkennen, doch sobald sich Atiom von ihnen entfernte, verschwammen sie im Zwielicht. Der Mond war hinter niedrig hängenden Wolken verborgen. Sein schwaches, milchiges Licht trang gedämpft durch den nebligen Vorhang. Nur wenn dieser sich kurz auflöste, gewannen die geisterhaften Silhouetten der Häuser für kurze Zeit ihre Gestalt zurück. Trotz der schwachen Beleuchtung konnte Atiom, wenn er in die Querstraßenlinke Hand schaute, die gewaltigen Umrisse der alten Kathedrale erkennen. Über dem Kuppelkreuzen der Ferne kreiste erneut ein riesiger geflügelter Schatten. Vielleicht war die Tatsache, dass Atiom stehen blieb, um nach dem fliegenden Ungeheuer zu sehen, der Grund dafür, dass er noch etwas anderes bemerkte. Im Halbdunkel war er sich zuerst nicht sicher. Bildete er sich diese seltsame Gestalt nur ein, die da unbeweglich, halb mit den zerstörten Häuserwänden verschwimmend in einer der Seitenstraßen stand? Als er genauer hinsah, kam es ihm so vor, als ob sich dieser dunkle Fleck bewegte und einen eigenen Willen besaß. Auf die Entfernung ließen sich Form und Größe des Wesens nur schwer abschätzen. In jedem Fall stand es auf zwei Beinen. Also beschloss Atiom, so vorzugehen, wie es ihm der Stalker beigebracht hatte. Er schaltete die Taschenlampe ein, richtete den Lichtkegel in die Straße und machte dreimal eine Kreisbewegung. Keine Antwort. Eine Minute lang wartete Atiom, dann begriff er, dass es gefährlich war, länger hierzubleiben. Bevor er weiterging, leuchtete er die reglose Gestalt noch einmal an. Was er ablegte, ließ ihn die Lampe sofort wieder ausschalten und das Weite suchen. Dies war eindeutig kein Mensch. Die Gestalt war mit Sicherheit mindestens zweieinhalb Meter groß. Hals und Schultern fehlten fast völlig. Der große, runde Kopf ging fast direkt in den mächtigen Rumpf über. Noch immer verharrte das Wesen reglos. Doch trotz dieser scheinbaren Unentschlossenheit spürte Atiom, dass von ihm Gefahr ausging. Die etwa 150 Meter bis zur nächsten Querstraße legte er in weniger als einer Minute zurück. Als er jedoch näher hinsah, bemerkte er, dass es sich nicht um eine Querstraße, sondern um eine riesige Presche handelte, die gewaltsam in die Wohnhäuser geschlagen worden war. Entweder waren sie zerbombt worden oder man hatte sie mit schwerer Wehrtechnik eingerissen. Als Atioms Blick die halb zerstörten Häuser streifte, blieb er erneut an einem undeutlichen, reglosen Schatten hängen. Es genügte ihn, eine Sekunde lang anzuleuchten, um alle Zweifel zu verscheuchen. Es war dieselbe Kreatur oder aber eine ihrer Artgenossen. Jetzt stand sie mitten in der Bresche, nicht mehr als einen Häuserblock entfernt und versuchte nicht einmal sich zu verbergen. Wenn es dasselbe Tier war, so musste es eine Parallelstraße entlang gelaufen sein. Offenbar bewegte es sich schneller als Atiom, denn an der nächsten Kreuzung wartete es wieder auf ihn. Schlimmer noch war jedoch etwas anderes. In der gegenüberliegenden rechten Seitenstraße erblickte Atiom jetzt ebenfalls eine Gestalt. Wie die erste stand sie völlig unbeweglich da, fast wie eine Statue. Einen Augenblick lang bildete sich Atiom ein, es seien gar keine lebenden Tiere, sondern nur eine Art von Zeichen, die man hier zur Abschreckung oder zur Warnung aufgestellt hatte. Die nächste Kreuzung erreichte er im Laufschritt. Erst beim letzten Haus blieb er stehen und blickte vorsichtig um die Ecke. Seine unheimlichen Verfolger hatten ihn schon wieder überholt. Nun waren es mehrere dieser riesigen Gestalten und sie waren jetzt besser zu erkennen, denn die Wolkendecke war etwas dünner geworden. Wie zuvor standen sie reglos da und schienen darauf zu warten, dass er in der Furz zwischen den Häusern erschien. War es wirklich keine Täuschung? Vielleicht waren es ja doch irgendwelche Stein- oder Bettungbrocken, die er für lebende Wesen hielt. Unten in der Metro halfen ihm seine scharfen Sinne weiter. Hier oben dagegen bewegte er sich in einer unbekannten, trügerischen Welt. Hier war alles anders. Das Leben funktionierte nach anderen Regeln. Sich auf seine fünf Sinne und seine Intuition zu verlassen, war riskant. Atiom versuchte so schnell und unbemerkt wie möglich, die nächste Straße zu überqueren. Auf der anderen Seite angekommen, drückte er sich gegen die Mauer eines Hauses, wartete eine Sekunde und blickte wieder um die Ecke. Ihm stockte der Atem. Die Gestalten bewegten sich, und zwar auf erstaunliche Weise. Eines der Tiere streckte den Kopf und wiegte ihn hin und her, wie wenn es eine Witterung aufnahm. Dann ließ er sich plötzlich auf alle Viere herab und verschwand mit einem riesigen Satz hinter der nächsten Straßenecke. Sekunden später folgten die anderen. Atiom zog den Kopf zurück, setzte sich auf den Boden und schnappte nach Luft. Es bestand kein Zweifel mehr. Sie verfolgten ihn. Mehr noch, sie schienen ihn zu führen, indem sie sich auf beiden Seiten des Prospekts parallel zu ihm bewegten. Sie warteten ab, bis er den nächsten Häuserblock passiert hatte, tauchten in der Querstraße auf, um sich zu überzeugen, dass er nicht vom Weg abgekommen war, und setzten die stumme Jagd fort. Aber warum verbargen sie sich in diesen dunklen Seitengassen? Atiom erinnerte sich, dass Mellik ihm verboten hatte, auch nur eine davon zu betreten. War dies der Grund? Um sich zu beruhigen, wechselte Atiom das Magazin seines Gewehrs, entsicherte und schaltete die Laserzielverrichtung ein und wieder aus. Er war gut bewaffnet und anders als in der Bibliothek durfte er hier gefahrlos schießen. Es war also ganz einfach, sich vor diesen Tieren zu schützen. Er atmete tief durch und erhob sich. Was auch immer geschah, der Stalker hatte ihm verboten, stehen zu bleiben oder lange zu zögern. Er musste sich beeilen. Das musste man hier an der Oberfläche immer. Am Ende des nächsten Häuserblocks verlangsamte Atiom seinen Schritt und blickte sich um. Die Straße verbreiterte sich und ging in eine Art Platz über. Ein Teil davon war durch einen Zaun abgetrennt und sah aus wie ein Park. Auf mächtigen, knorrigen Stämmen prangten ausladende Kronen, die bis an den vierten Stock des nächstgelegenen Gebäudes heranreichten. Vermutlich waren es diese Parks, aus denen die Stalker das Holz mitbrachten, mit dem große Teile der Metro beheizt und beleuchtet wurden. In den Lücken zwischen den Baumstämmen zeigten sich flüchtig seltsame Schatten und weiter hinten flackerte ein schwaches Licht. Das Atiom für die Flamme eines Lagerfeuers gehalten hätte, hätte es nicht so seltsam grünig geleuchtet. Das Gebäude selbst machte einen unheilvollen Eindruck. Es schien bereits mehrfach Schauplatz heftiger und blutiger Kämpfe gewesen zu sein. Die oberen Etagen waren eingestürzt. An vielen Stellen gab es schwarze Einschusslöcher und von einigen Räumen standen nur noch zwei Wände, sodass man durch die leeren Fenster in den trüben Nachthimmel sehen konnte. Auf der anderen Seite des Platzes traten die Gebäude weit auseinander. Ein breiter Boulevard kreuzte die Straße. Dahinter erhoben sich aus der Dunkelheit wie Wachtürme die ersten Hochhäuser des neuen Abad. Der Eingang zur Metrostation Abad Skaya musste sich ganz in der Nähe auf der linken Seite befinden. Atioms Blick streifte nochmals den düsteren Park. Melnik hatte recht gehabt. In diesem Dickicht den Zugang zur Metro zu suchen, war keine gute Idee. Je länger er das schwarze Gestrüpp betrachtete, desto deutlich schien er zwischen den Wurzeln der gigantischen Bäume die gleichen unheimlichen Gestalten auszumachen, die ihm zuvor gefolgt waren. Ein Windstoß erfasste die Baumkronen und die mächtigen Äste begannen schwerfällig zu knarren. Von Ferne ertönte ein langgezogenes Heulen. Der Wald schwieg, aber nicht etwa, weil er tot war. Diese Stille entsprach der Lautlosigkeit von Atioms geheimnisvollen Verfolgern. Auch der Wald schien auf etwas zu warten. Atiom hatte das Gefühl, wenn er noch weiter so schamlos die Untiefen dieses Parks betrachtete, werde die Strafe nicht ausbleiben. Also nahm er das Gewehr bequemer, pflegte sich um, ob ihm die Kreaturen nicht zu nah gekommen waren und eilte weiter. Doch schon nach wenigen Sekunden blieb er erneut stehen, gebannt von dem Anblick, der sich ihm nun bot. Er befand sich im Schnittpunkt einiger breiter Straßen. Es war eine ungewöhnliche Kreuzung, denn die Querstraße tauchte zum Teil in einen Tunnel ab und kam auf der anderen Seite wieder an die Oberfläche. Rechte Hand erstreckte sich ein breiter Boulevard, was Atiom an dem schwarzen Dickicht riesiger Wuch an der Bäume erkannte. Links befand sich ein großer asphaltierter Platz, ein komplexes Geflecht aus mehrspurigen Fahrbahnen und dahinter erneut dichtes Gestrüpp. Atiom konnte nun schon recht weit sehen und fragte sich, ob das damit zusammenhing, dass die mörderische Sonne bald aufgehen würde. Die Straßen waren übersät mit verbeuten und ausgebrannten Fracks. Die Atiom als Automobile identifizierte. Nichts davon war in brauchbarem Zustand. In zwei Jahrzehnten hatten die Stalker alles mitgehen lassen, was nicht nid- und nagelfest war. Das Benzin aus den Tanks, die Akkus und Generatoren, Scheinwerfer und Plinklichter, die Sitze. All das gab es nun an der WDN-Ra, wie auf jedem anderen größeren Markt der Metro. Der Asphalt war an mehreren Stellen von Kratern unterschiedlicher Größe aufgebrochen. Überall gab es Risse, durch die Gräser und andere Pflanzen wuchsen, deren Stängel sich unter dem Gewicht dicker, kugelförmiger, frischte Bogen. Direkt vor sich sah Atiom die düstere Schlucht des neuen Abatz beginnen. Die berühmten Häuser, die wie riesige aufgeklappte Bücher aussahen. Auf der einen Seite waren die mindestens 20-stöckigen Gebäude wie durch ein Wunder fast unversehrt geblieben, während sie auf der anderen halb eingefallen waren. Und hinter ihm lag die Straße zur Bibliothek und zum Kreml. Er stand mitten auf diesem majestätischen Friedhof der Zivilisation und fühlte sich wie ein Archäologe bei der Ausgrabung einer antiken Stadt, deren einstige Größe und Schönheit noch viele Jahrhunderte später beim Betrachter ehrfürchtiges Schaudern hervorriefen. Atiom versuchte sich vorzustellen, dass einst Menschen diese zyklopischen Bauten bewohnt hatten. Mit solchen Fahrzeugen hatten sie sich fortbewegt. Diese hatten damals sicher noch in allen möglichen Farben gefunkelt und waren sanft rauschend über die glatte Fahrbahn gerollt, sodass der harte Asphalt von ihren Gummireifen warm wurde. Die Metro hatten sie nur benutzt, um schneller von einem Ende dieser grenzenlosen Stadt zum anderen zu gelangen. Unvorstellbar! Woran hatten sie jeden Tag gedacht? Was waren ihre Sorgen gewesen? Welche Sorgen konnte man überhaupt haben als Mensch, der nicht jede Sekunde um sein Leben fürchten muss, der nicht ständig darum kämpft, es wenigstens noch um einen Tag zu verlängern? In diesem Augenblick traten die Wolken auseinander und die nicht ganz vollständige Scheibe des Mondes, als hätte jemand ein Stück abgebissen, kam zum Vorschein. Atiom bemerkte erstaunt, dass dieser nicht gleichmäßig weiß war, sondern von seltsamen Linien durchzogen wurde. Sein helles Licht erfüllte die tote Stadt und verstärkte hundertfach ihre düstere Erhabenheit. Häuser und Bäume, bisher für Atiom nur flache und körperlose Umrisse, lebten auf und gewannen an Form. Details, die zuvor unsichtbar gewesen waren, kamen mit einem Mal zum Vorschein. Unfähig, sich zu rühren, sah sich Atiom wie verzaubert nach allen Seiten um und unterdrückte ein inneres Beben, das ihn plötzlich erfasst hatte. Erst jetzt begriff er, warum die Stimmen der Alten so sehnsüchtig geklungen hatten. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie weit sich der Mensch von seinen einstigen Errungenschaften entfernt hatte. Er glich einem herrlichen Vogel, der einst stolz am Himmel gekreist und nun tödlich verwundet auf der Erde gelandet war, um sich in einem geschützten Winkel zurückzuziehen, um dort leise zu sterben. Atiom musste an das Gespräch zwischen Hunter und seinem Stiefvater denken. Würde der Mensch überleben? Und selbst wenn, wäre er dann noch der gleiche Mensch, der einst die Welt unterworfen und beherrscht hatte? Nun, da Atiom selbst einen Eindruck davon bekam, aus welcher Höhe die Menschheit in den Abgrund gestürzt war, verlor er endgültig seinen Glauben an eine wunderbare Zukunft. Der Kalinin-Prospekt erstreckte sich breit und schnurgerade vor ihm, verengte sich in der Ferne, bis er sich im Dunkeln auflöste. Atiom stand allein da, umgeben von den Schatten der Vergangenheit. Er versuchte sich vorzustellen, wie viele Menschen früher Tag und Nacht auf diesen Bürgersteigen unterwegs waren, wie viele Autos mit unglaublicher Geschwindigkeit hier vorbeigefahren waren, wie freundlich und einladend diese Fenster einst geleuchtet hatten. Wohin war das alles verschwunden? Die Welt schien leer und verlassen. Doch Atiom wusste, es war eine Illusion. Die Welt war weder verlassen noch tot, nur waren es jetzt andere, die hier herrschten. Während er noch darüber nachdachte, drehte er sich um und blickte zurück in Richtung Bibliothek. Da waren sie, gut hundert Meter entfernt, regungslos, mitten auf der Straße. Es waren mindestens fünf Kreaturen. Sie hatten aufgehört, sich zu verstecken, aber auch nicht versucht, seine Aufmerksamkeit zu wecken. Wie sie sich so schnell und lautlos hatten nähern können, war ihm ein Rätsel. Im Mondlicht konnte er ihren mächtigen Gestalten nun deutlich erkennen. Ihre Hinterbeine waren besonders ausgeprägt. Ja, vielleicht waren sie sogar noch größer, als er zu Beginn geglaubt hatte. Obwohl Atiom ihre Augen auf die Entfernung nicht sehen konnte, wusste er genau, dass sie ihn noch immer abwartend ansahen und durch die feuchte Luft seine Witterung aufnahmen. Wahrscheinlich war darin ein ihnen bereits bekannter Beigeschmack von Schießprüfer enthalten, weshalb die Tiere zögerten, ihn anzugreifen. Noch beobachteten sie Atiom und suchten in seinem Verhalten nach Anzeichen von Unsicherheit und Schwäche. Vielleicht aber begleiteten sie ihn auch nur bis zur Grenze ihres Territoriums und hatten gar nicht vor, ihm etwas Böses zu tun. Woher sollte er wissen, wie sich Geschöpfe verhielten, die plötzlich allen Gesetzen der Evolution zum Trotz auf der Erde aufgetaucht waren? Krampfhaft versuchte Atiom die Selbstbeherrschung zu bewahren. Mit gespielter Ruhe drehte er sich um und ging weiter, sah jedoch zur Sicherheit alle paar Schritte über die Schulter. Zuerst schienen die Kreaturen an Ort und Stelle zu fahren, doch dann erfüllten sich seine schlimmsten Befürchtungen. Sie ließen sich auf alle Viere herab und folgten ihm langsam. Dabei hielten sie den ursprünglichen Abstand von etwa 100 Metern weiter ein. Zwar begann Atiom sich an diese seltsame Eskorte zu gewöhnen, doch ließ er sie nicht aus den Augen und hielt seine Kalaschnikow breit. So gingen sie gemeinsam den leeren, mondbeschiedenen Prospekt entlang, vorneweg ein Mensch, vorsichtig und angespannt, jede halbe Minute innehaltend, um sich umzudrehen. Dahinter fünf oder sechs seltsame Wesen, die sich ihm ohne Hass nährten und dann auf den Hinterbeinen niederließen, um ihm wieder den ursprünglichen Vorsprung zu gewähren. Bald allerdings hatte Atiom den Eindruck, dass sich der Abstand verkürzte. Außerdem begannen die Tiere sich nun fächerartig zu verteilen, als wollten sie versuchen, von der Seite an ihn heranzukommen. Obwohl er noch nie mit jagenden Raubtieren zu tun gehabt hatte, war er sich sicher, dass sich seine Verfolger zum Angriff rüsteten. Es war höchste Zeit zu handeln. Mit einer heftigen Bewegung warnte er sich um, hob das Gewehr und zielte auf eine der dunklen Gestalten. Diesmal warteten sie nicht mehr darauf, dass er sich wieder entfernte, sondern näherten sich ihm und bildeten allmählich einen Halbkreis um ihn. Er musste versuchen, sie abzuschrecken, bevor sie den Abstand so weit verkürzten, dass sie zum Angriff übergehen konnten. Atiom hob den Lauf und schoss in die Luft. Das Donnern heilte von den Wänden der Hochhäuser wieder und ertönte als fernes Escho am anderen Ende des Prospekts. Klingelnd fiel die Patronenhülse auf den Asphalt. Ein dumpfes, wütendes Brühen ertönte, dann stürzten die Kreaturen los. Innerhalb weniger Sekunden würden sie die kurze Distanz bis zu ihm überwunden haben. Doch darauf hatte er sich eingestellt. Er nahm die Bestie, die ihm am nächsten war, ins Visier, gab eine kurze Salve ab und rannte los auf die Häuser zu. Dem wilden Schrei nach zu urteilen hatte er getroffen. Ob dies die anderen Tiere zurückhielt oder sie nur noch rassender machte, blieb unklar. Plötzlich ertönte ein neuer Schrei. Nicht das drohende Brüllen der Bestien, sondern ein langgezogenes gellendes Kreischen, das einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es flog von oben heran und Atjom begriff, dass ein neuer Mitspieler hatten die Schüsse eines dieser geflügelten Monster angelockt, ähnlich dem, das sein Nest auf der Kuppel der Kathedrale gebaut hatte. Ein riesiger Schattenflug feilt schnell über ihn hinweg. Atjom warf einen Blick zurück und sah, wie die Kreaturen auseinander stoben. Nur eines der Tiere, offenbar jenes, das er verletzt hatte, befand sich noch auf der Straße. Noch immer brüllend vor Schmerz schwankte es auf die Häuser zu, um sich ebenfalls dort zu verstecken. Doch es hatte keine Chance. Das riesige Monster kreiste ein weiteres Mal in einer Höhe von 30, 40 Metern. Dann legte es die enormen Flügel an und stürzte auf sein Opfer herab. Der geflügelte Gigant packte das Tier, das ein letztes Mal verzweifelt greichte, schwang sich ohne erkennbare Mühe mit der Beute in die Luft und trug sie auf das Dach eines der Hochhäuser. Noch wagten sich die Verfolger nicht aus ihren Verstecken. Offenbar befürchteten sie, das geflügelte Monster könne wieder zurückkommen. Artyom hingegen hatte nichts zu verlieren. Gegen die Häuserwände gedrückt, rannte er weiter, dorthin, wo sich seiner Berechnung nach der Gartenring befinden musste. Fast einen halben Kilometer legte er so zurück, bevor er Atem holen musste und sich umdrehte, um zu kontrollieren, ob sich die Jäger wieder vorgetraut hatten. Der Prospekt war leer. Nach einigen wenigen Metern jedoch traf Artyom auf eine Seitenstraße. Er sah um die Ecke und ablegte dieselben unbeweglichen Schatten. Jetzt begriff er, warum die Kreaturen nur ungern auf offener Straße Beute machten. Sie fürchteten, selbst Opfer noch größerer Räuber zu werden. Wieder begann Artyom sich beim Laufen ständig umzusehen. Das Ende des Prospekts war bereits in Sicht, als sie erneut die Verfolgung aufnahmen und ihn einzukreisen begannen. Artyom schoss ein weiteres Mal in die Luft, in der Hoffnung, so das geflügelte Ungeheuer erneut anzulocken und die Bestien abzuschrecken. Diese blieben tatsächlich kurz auf ihren Hinterbeinen stehen und reckten die Hälse. Doch der Himmel blieb leer. Das Monster war offenbar noch nicht mit der ersten Portion fertig. Artyom begriff dies früher als seine Verfolger. Er rannte nach rechts, lief um eines der Häuser herum und stürzte in den nächstbesten Eingang. Obwohl Melnik ihn gewarnt hatte, dass die Häuser bewohnt waren, wäre es reiner Wahnsinn gewesen, einem so starken und beweglichen Gegner auf offenem Felde entgegen zu treten. Die Bestien würden Artyom in Stücke reißen, noch bevor er sein Eingang die Taschenlampe einschalten musste. Der runde Lichtfleck ließ eine schäbige Wand erkennen, die jemand vor Jahrzehnten mit Unfertigkeiten vollgeschmiert hatte, eine völlig verdreckte Treppe sowie eingeschlagene Türen, hinter denen demolierte und ausgebrannte Wohnungen zum Vorschein kamen. Einige Ratten liefen ohne jegliche Scheu umher. Den Eingang hatte er gut gewählt. Die Fenster des Treppenhauses gingen auf den Prospekt hinaus und aus einem der oberen Stockwerke konnte er sehen, dass die Kreaturen zögerten ihm zu folgen. Sie hatten sich zwar der Tür genähert, doch anstatt hineinzugehen, umringten sie den Eingang, richteten sich auf ihren Hinterpfoten auf und erstarrten wieder zu steinernen Statuen. Atiom war überzeugt, sie würden sich nicht einfach so zurückziehen und ihre Beute entkommen lassen. Früher oder später würden sie den Versuch machen, ihn herauszuholen, wenn sich in diesem Treppenhaus nicht ohnehin etwas verbarg, was Atiom zur Flucht zwingen würde. Er stieg ein weiteres Stockwerk hinauf und entdeckte, dass eine der Wohnungstüre noch zu war. Er drückte mit der Schulter dagegen, abgesperrt. Ohne lange nachzudenken, hielt er die Mündung seiner Waffe gegen das Schloss, drückte ab und stieß dann die Tür mit dem Fuß auf. Es spielte keine große Rolle, in welcher Wohnung er der Belagerung standzuhalten versuchte, doch die Gelegenheit, die unberührte Behausung von Menschen einer vergangenen Epoche zu sehen, wollte er sich nicht entgehen lassen. Er schlug die Tür hinter sich zu und schob einen im Flur stehenden Schrank davor. Ernsthaften Widerstand würde diese Barrikade zwar nicht bieten, aber er würde es zumindest merken, wenn jemand sie zu überwinden versuchte. Dann trat er Tür ans Fenster und blickte vorsichtig nach draußen. Er hatte eine fast perfekte Schussposition. Aus dem dritten Stock hatte er den Eingang und die etwa zehn Tiere, die nun im Halbkreis davor saßen, gut im Blick. Nun war er im Vorteil und er zögerte nicht, dies auszunutzen. Er schaltete die Laserzielverrichtung ein, richtete den roten Punkt auf den Kopf der größten Bestie, atmete aus und drückte ab. Eine kurze Salve knatterte los und das Tier sagte lautlos zur Seite. Blitzartig rannten die anderen auseinander und einen Augenblick später war die Straße leer. Artyom beschloss eine Weile zu warten und später nachzusehen, ob der Tod ihres Artgenossen die anderen tatsächlich verjagt hatte. In jedem Fall blieb ihm etwas Zeit, die Wohnung zu untersuchen. Obwohl die Fenster im gesamten Haus schon seit langem zerbrochen waren, waren die Möbel und überhaupt die gesamte Einrichtung erstaunlich gut erhalten. Auf dem Boden lagen kleine Klümpchen, die an das Rattengift erinnerten, das an der WDN-R verwendet wurde. Womöglich war es das auch, denn Atiom entdeckte in den Zimmer nicht eine einzige Ratte. Je länger er durch die Wohnung ging, desto mehr gelangte er zu der Überzeugung, dass die Bewohner genügend Zeit gehabt hatten, sie geordnet zu verlassen. Sie hatten alles sorgsam konserviert, um vielleicht eines Tages wieder zurück zu kehren. Die Zimmer waren in perfekter Ordnung. In der zurückgelassen, die Nagetiere oder Insekten hätten anlocken können und ein Großteil der Möbel war in Plastik eingehüllt. Während er von einem Zimmer ins andere ging, versuchte Atiom sich den Alltag der Bewohner vorzustellen. Wie viele Menschen hatten ihr gelebt? Um wie viel Uhr waren sie aufgestanden, von der Arbeit zurückgekommen, hatten zu Abend gegessen? Wer hatte am Kopfende des Tisches gesessen? Von vielen Ritualen und Gegenständen der damaligen Zeit hatte er nur in Büchern gelesen. Jetzt, da er zum ersten Mal eine echte Wohnung sah, musste er sich eingestehen, dass er sich ein völlig falsches Bild gemacht hatte. Er hob die halbtransparente Plastikfolie vor dem Bücherregal an. Neben einigen Kriminalromanen, die er von den Büchertischen in der Metro kannte, gab es dort auch bunte Kinderbücher. Eines davon fasste er am Rücken und zog es vorsichtig heraus. Als er die mit fröhlichen Tierbildern illustrierten Seiten durchblätterte, fiel aus dem Buch ein festes Stück Papier heraus. Atiom bückte sich und hob es auf. Es war ein verblastes Foto einer lächelnden Frau, die einen kleinen Jungen auf dem Arm hatte. Atiom erstarrte und sein Herz das eben auch gleichmäßig das Blut durch den Körper gepumpt hatte, schlug jetzt wie wild. Er verspürte das dringende Verlangen, die enge Gasmaske abzusetzen, um frische Luft zu schnappen. Vorsichtig, als fürchte er, dass das Bild zu Staub zerfallen könnte, wenn er es berührte, hielt er es näher an das Gesicht. Die Frau war vielleicht 30 Jahre alt, der Junge auf ihrem Arm höchstens zwei. Er hatte eine lustige Mütze auf, sodass Atiom sich nicht sicher war, ob es sich tatsächlich um einen Jungen oder nicht vielleicht doch um ein Mädchen handelte. Das Kind blickte direkt in die Kamera. Dabei kam es ihm erstaunlich ernst und erwachsen vor. Als Atiom das Foto umträte, verschwamm ihm alles vor den Augen. Auf die Rückseite hatte jemand mit blauem Kugelschreiber geschrieben, Atiomka, zwei Jahre und fünf Monate. Es war, als hätte man einen Stab aus ihm herausgezogen. Seine Knie wurden weich, er musste sich auf den Boden setzen. Er hielt das Foto ins Mondlicht, das vom Fenster reinfiel. Warum kam ihm das Lächeln der Frau so bekannt vor? Warum hatte ihm ihr Anblick sofort den Atem geraubt? Bevor die Stadt ausgestorben war, hatten über zehn Millionen Menschen darin gelebt. Atiom war zwar kein besonders häufiger Name, aber in einer solchen Millionen Stadt hatten sicher einige zehntausend Kinder dieses Namens gelebt. Das war die gesamte jetzige Bevölkerung der Metro. Die Chance war verschwindend gering. Aber warum machte das Lächeln der Frau einen so vertrauten Eindruck? Er versuchte sich jene bruchstückhaften Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis zu rufen, die manchmal für Sekunden vor seinem inneren Auge aufblitzten oder in seinen Träumen auftauchten. Ein heimeliges kleines Zimmer, sanftes Licht, eine Frau, die ein Buch las, eine breite Liege. Er sprang auf und wirbelte durch die Zimmer auf die Suche nach der Einrichtung, die seinem Traum entsprach und tatsächlich einen Augenblick lang schien es ihm, dass in einem der Zimmer die Möbel in vertrauter Weise angeordnet waren. Das Sofa sah etwas anders aus und das Fenster war an einer anderen Stelle. Aber was machte das schon? Schließlich konnte sich dieses Bild im Bewusstsein eines dreijährigen Kindes auch verzerrt eingeprägt haben. Eines Dreijährigen. Auf dem Foto war ein anderes Alter angegeben. Doch auch das hatte nichts zu bedeuten. Es stand ja kein Datum daneben. Das Bild konnte zu jedem Zeitpunkt entstanden sein. Nicht unbedingt erst wenige Tage, bevor die Familie die Wohnung für immer hatte verlassen müssen. Vielleicht ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr davor. Dann stimmte das Alter des Jungen auf dem Foto mit seinem überein und die Wahrscheinlichkeit, dass er selbst mit seiner Mutter auf dem Foto abgebildet war, wäre dann ungleich höher. Aber das Foto konnte auch drei oder fünf Jahre zuvor entstanden sein. Ja, auch das war möglich. Dann kam ihm ein anderer Gedanke. Er riss die Tür zum Badezimmer auf, pflegte sich um und fand endlich das, was er gesucht hatte. Der Spiegel war mit einer so dicken Staubschicht bedeckt, dass nicht einmal das Licht der Taschenlampe darin zu sehen war. Mit einem Handtuch, das die Bewohner an einem Haken zurückgelassen hatten, rieb er eine Stelle frei. Durch dieses Loch erblickte er im Schein der Taschenlampe sein Spiegelbild mit Gasmaske und Helm. Das hagere, ausgemergelte Gesicht war hinter der Kunststoffmaske nicht zu sehen. Doch kam es ihm so vor, als ähnelten seine dunklen, tief eingesunkenen Augen denen des Jungen. Atjom hielt sich das Foto vor das Gesicht, betrachtete aufmerksam die Züge des Jungen und blickte dann wieder in den Spiegel. Erneut leuchtete er den Abzug an und verglich ihn nochmals mit dem Gesicht hinter der Gasmaske. Er versuchte sich daran zu erinnern, wie es das letzte Mal ausgesehen hatte, als er vor dem Spiegel gestanden war. Wann war das gewesen? Kurz vor seinem Aufbruch an der WDN-R doch wie viel Zeit war mussten es Jahre gewesen sein, wenn er doch diese verdammte Maske abnehmen könnte. Natürlich veränderten sich Menschen oft bis zur Unkenntlichkeit, doch bewahrte jedes Gesicht zumindest etwas, was an die fernen Jahre der Kindheit erinnerte. Es blieb nur eines, zur WDN-R zurückkehren und zu Heu zu fragen, ob die Frau auf diesem Stück Papier jener Person ähnelte, die ihm vor vielen Jahren im Angesicht des Untergangs ihrer Station das Leben ihres Kindes in die Hände gelegt hatte. Atjoms Mutter, Sukhoi würde sie erkennen. Er hatte ein professionelles Gedächtnis. Er würde sagen können, ob sie die Frau auf dem Foto war oder nicht. Noch einmal betrachtete Atjom das Bild, dann streichelte er mit einer Zärtlichkeit, die ihn selbst überraschte, das Gesicht der Frau, legte das Foto zurück und steckte dieses in seinen Rucksack. Seltsam, dachte er. Erst vor ein paar Stunden hatte er sich im größten Wissensspeicher des Kontinents befunden und hatte aus Millionen unterschiedlicher, zum Teil unglaublich kostbarer Bücher die freie Auswahl gehabt. Doch hatte er sie weiter auf den Regalen verstauben lassen, ja nicht einmal der Gedanke war ihm gekommen, sich an den Schätzen der Bibliothek zu bereichern. Stattdessen steckte er nun ein ganz einfaches Bilderbuch ein und fühlte sich doch so, als hätte er den größten allerirdischen Schätze gefunden. Er ging in den Flur zurück, um weitere Bücher aus dem Regal durchzublättern und vielleicht in den Schränken nach Fotoalben zu suchen. Doch als er zum Fenster blickte, bemerkte er dort eine Veränderung. Eine leichte Unruhe ergriff ihn. Etwas stimmte nicht. Er trat näher heran und begriff. Die Nacht hatte eine andere Farbe bekommen. Ein gelb-roser Ton hatte sich in das Grau gemischt. Es wurde allmählich hell. Die Tiere hatten sich wieder vor dem Eingang versammelt, wagten sich jedoch nicht hinein. Der Kadaver ihres Artgenossen war nirgends zu sehen. Vielleicht hatte ihn das geflügelte Monster fortgeschafft oder sie hatten ihn selbst in Stücke gerissen. Atiom verstand nicht, was sie davon abhielt, die Wohnung zu erstürmen. Auch wenn es ihm natürlich nur recht war, würde er es noch vor Sonnenaufgang bis zu und würde er seine Verfolger abhängen können? Natürlich konnte er auch einfach in der verbarrikadierten Wohnung bleiben. Vor den Sonnenstrahlen würde er sich ins Badezimmer zurückziehen. Dort konnte er abwarten, bis die Helligkeit die Räuber vertrieben hatte und mit Einbruch der Dunkelheit seinen Weg fortsetzen. Doch wie lange würde sein Schutzanzug halten? Und wie lange reichte der Filter seiner Gasmaske? Und was würde Mähnig unternehmen, wenn er nicht zur rechten Zeit am vereinbarten Ort antraf? Atiom trat an die Wohnungstür und horchte. Stille. Vorsichtig schob er den Schrank beiseite und öffnete langsam die Tür. Auf dem Treppenabsatz war niemand. Doch als er mit der Taschenlampe die Treppe absuchte, bemerkte er etwas, was vorher nicht da gewesen war. Oder hatte er einfach nicht darauf geachtet? Eine dicke Schleimschicht bedeckte die Stufen. Es sah so aus, als wäre jemand soeben dort entlang gekrochen. Zum Glück lief die Spur in der Wohnungstür, hinter der sich Atiom die ganze Zeit befunden hatte, vorbei. Doch das war nur ein geringer Trost. Auch dieses Haus war also nicht so leer, wie er gedacht hatte. Schlagartig war Atiom die Lust vergangen, noch weiter in der Wohnung zu bleiben oder gar zu schlafen. Er hatte nur eine Möglichkeit. Er musste die hungrigen Bestien verjagen und versuchen, die Smulenskaya zu erreichen. Und das, bevor ihm die Sonne die Augen ausbrannte und jene Ungeheuer weckte, von denen Melnick gesprochen hatte. Diesmal zielte er nicht sorgfältig, sondern versuchte einfach nur, so viele Tiere wie möglich zu treffen. Zwei von ihnen brüllten auf und fielen zu Boden, die anderen verschwanden in den Gassen. Der Weg schien frei zu sein. Atiom stürzte die Treppe hinunter und blickte vorsichtig aus der Tür, ob nicht jemand im Hinterhalt auf ihn lauerte. Dann rannte er, so schnell er nur konnte, auf den Gartenring zu. Was musste das erst für ein furchtbarer Dschungel sein, dachte er, wenn sich selbst die dünnen Baumstreifen an der Abatzkaia in ein derart düsteres Gestrüpp verwandelt hatten, ganz zu schweigen vom Botanischen Garten und all den Dingen, die dort herangewachsen waren. Während sich seine Verfolger wieder sammelten, hatte Atiom sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet und war fast am Ende des Prospekts angelangt. Es wurde immer heller, doch diese Tiere waren gegen Sonnenstrahlen offenbar unempfindlich. In zwei Gruppen huschten sie an den Häusern entlang und verkürzten mit jeder Sekunde den Abstand. Hier auf offenem Feld waren sie im Vorteil, denn Atiom hätte stehen bleiben müssen, um richtig auf sie zu zielen. Außerdem bewegten sie sich auf vier Beinen vorwärts, sodass sie nur knapp einen Meter in die Höhe ragten, versuchte. Der Schutzanzug, der Rucksack, die zwei Gewehre und die Erschöpfung nach dieser scheinbar endlosen Nacht machten sich mit jedem Schritt deutlicher bemerkbar. Schon bald würden ihn diese rasend schneen Tiere einholen und ihr Vorhaben zu Ende bringen. Er musste an den flüchtigen Anblick der hässlichen riesigen Kadaver denken, die in ihrem eigenen Blut vor dem Eingang gelegen hatten. Glänzendes dunkelbraunes Fell, ein riesiger runder Kopf und ein Maul, das mit Dutzenden kleiner, scharfer Zähne gespickt war, wie es schien in mehreren Reihen. Er kannte kein einziges Tier, das sich durch radioaktive Strahlung in derartige Kreaturen hätte verwandeln können. Zum Glück gab es auf dem Gartenring, sofern er das war, keine Bäume. Dies hier war nur eine sehr breite Straße, die sich nach rechts und links erstreckte, soweit das Auge reichte. Bevor Atiom weiterrannte, feuerte er ohne hinzusehen eine weitere Ladung auf die Bestien ab. Sie waren nun schon auf 50 Meter herangekommen. Wieder hatten sie sich im Halbkreis um ihn verteilt, sodass zwei von ihnen fast gleich auf mit ihm liefen. Auf dem Gartenring musste Atiom zwischen einigen fünf bis sechs Meter tiefen Gratern hindurchlaufen und an einer Stelle einen großen Umweg um einen tiefen Spalt in der Fahrbahn machen. Die Häuser hier sahen seltsam aus, nicht ausgebrannt, eher geschmolzen. Hier schien etwas Besonderes geschehen zu sein und dieser Stadtteil war offenbar wesentlich stärker getroffen worden als der Kalinin Prospekt. Als majestätische und zugleich düstere Kulisse dieser beunruhigenden Landschaft erhob sich in einiger Entfernung ein riesiges mehrere hundert Meter hohes Gebäude. Es glich einem mittelalterlichen Schloss und hatte scheinbar unbeschadet alle Angriffe sowie den Zahn der Zeit überstanden. Als Atiom einen hastigen Blick hinaufwarf, entfuhr ihm ein Seufzer der Erleichterung. Über dem Schloss kreiste ein furchteinflößender Schatten. Das konnte die Rettung für ihn sein. Er musste nur Aufmerksamkeit erregen und der Schatten würde seinen Verfolgern den Chaos machen. Mit einer Hand hob Atiom das Gewehr, richtete den Lauf auf das geflügelte Ungeheuer und drückte ab. Nichts geschah. Das Magazin war leer. Das Reservegewehr im Laufen vom Rücke nach vorne zu bringen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Also tauchte Atiom in eine der Seitenstraßen ein, lehnte sich an die Wand und wechselte die Waffe. Nun konnte er sich die Biester wenigstens vom Leib halten, bis das andere Magazin auch leer war. Das erste Tier kam bereits um die Ecke, setzte sich mit der typischen Bewegung auf die Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Dreist war es nun so nah herangekommen, dass Atiom in kleinen, unter massiven Knochenbögen verborgenen Augen ein böses grünes Feuer lodern sah, eine Art Widerschein jener geheimnisvollen Flamme im Park. Daniel Skalaschnikow hatte keine Laserziel Vorrichtung, doch auf diese Entfernung würde Atiom wohl kaum daneben schießen. Ruhig nahm er die reglose Bestie ins Visier, hielt das Gewehr fest an die Schulter und drückte auf den Abzug. Dieser hatte etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt, als die Mechanik blockierte. Offenbar klemmte der Verschluss. Was war passiert? Hat er etwa die Gewehre in der Eile verwechselt? Nein, seine Waffe hatte doch den Laser. Atiom versuchte neu durchzuladen. Vergeblich. In seinem Kopf wirbelten die Gedanken umher. Danila, die Bibliothekare. Deswegen hatten sie ihn so leicht überwältigt. Sein Gewehr hatte nicht funktioniert. Atiom sah vor sich, wie Danila krampfhaft an dem Verschlusshebel riss, während der Bibliothekare ihn nach hinten zwischen die Regale zog. Neben der ersten Bestie waren nun völlig lautlos zwei weitere erschienen. Sie betrachteten Atiom aufmerksam, der noch immer verzweifelt an Danilas Waffe herum hantierte. Dann zogen sie ihre Schlüsse. Das erste Tier, offenbar der Anführer, machte einen großen Satz und landete fünf Meter von Atiom entfernt. In diesem Augenblick flog ein riesiger Schatten über Seen weg, woraufhin sich die Tiere duckten und nach oben sahen. Atiom nutzte diesen Moment der Verwirrung und stürzte durch den nächsten Torbogen. Er erhegte keine Hoffnung mehr, lebend aus dieser Klemme heraus zu kommen, sondern es war reiner Instinkt, der in den Moment des Todes so weit wie möglich hinauszögern ließ. Hier in diesen Hintergassen hatte er nicht die geringste Chance, aber der Weg zurück auf den Gartenring war nun abgeschnitten. Er fand sich in einem leeren quadratischen Hof wieder. In den umgrenzenden Häuserwänden sah er weitere Bögen und Durchgänge und hinter einem der Gebäude ragte jenes düstere Schloss auf, das ihn bereits auf der Ringstraße in seinen Bann gezogen hatte. Doch Atiom riss ich von diesem Anblick los, denn auf dem Gebäude gegenüber las er die Aufschrift Moskauer W.I. Lenin Untergrundbahn und darunter Station Smolenskaya. Die großen Eichentüren standen leicht offen. Wie er diesmal davon kam, grenzte an ein Wunder. Es musste eine seltsame Mischung gewesen sein, aus Intuition und dem Gefühl eines leichten Luftstroms, das dem Raubtier vorauslief, während es auf sein Opfer zustürzte. Die Bestie landete einen halben Meter neben ihm. Atiom glitt zur Seite und rannte mit letzter Kraft auf den Metro-Eingang zu. Dort war er zu Hause. Dort unter der Erde war sein Reich. War er der Herr der Lage? Die Eingangshalle der Smolenskaya sah genau so aus, wie es sich Atiom vorgestellt hatte. Dunkel, feucht und leer. Es war erkennbar, dass die Menschen von hier aus oft an die Oberfläche gingen. Die Kassenschalter und Diensträume standen offen und waren leergeräumt. Alles, was auch nur irgendeinen Wert hatte, war schon vor vielen Jahren unter die Erde gewandert. Von den Drehkreuzen und dem Häusern der Dienstaufsicht waren nur noch die Betonfassungen übrig. Hinten war das halbrunde Gewölbe des Tunnels zu sehen, in dem die Rolltreppen in die Tiefe hinabtauchten. Der Strahl von Atioms Lampe verlor sich irgendwo auf halbem Wege und so konnte er nicht sicher feststellen, ob sich am Ende tatsächlich der Eingang zur Station befand. Doch die Biester waren ihm bereits in die Eingangshalle gefolgt. Das erkannte er am Quietschen der Türen. In wenigen Augen blicken konnten sie bei den Treppen sein und sein winziger Vorsprung wäre dahin. Ungelenkt begann er mit seinen dicken Stiefeln die wackeligen geriffelten Stufen hinab zu laufen. Er versuchte mehrere Stufen auf einmal zu nehmen, doch plötzlich kam sein Fuß etwas zu weit vorne auf der glatten Oberfläche auf und er donnerte hinunter und schlug mit dem Genick auf die Dutzend Stufen abgezählt hatte, kam er zum Stillstand. Mit der Taschenlampe leuchtete er nach oben, welch kurze Strecke er zurückgelegt hatte und erblickte, was er befürchtet hatte. Reglose dunkle Gestalten sahen auf ihn herab. Wie gewohnt prüften sie vor dem Angriff die Lage oder berieten sich lautlos miteinander. Atiom rappelte sich auf und lief weiter. Weder versuchte er zwei Stufen auf einmal zu nehmen, was ihm dieses Mal schon besser gelang. Er glitt mit der rechten Hand den Gummilauf entlang, hielt in der linken die Taschenlampe und lief so etwa 20 Sekunden lang hinab, bis er erneut stolperte. Von hinten erklang ein schweres Poltern. Die Tiere hatten sich entschlossen. Atiom hoffte inständig, die alten Stufen, die bereits unter seinem Gewicht kläglich quietschen, würden unter der Masse seiner Verfolger einfach einbrechen. Doch das lauter werdende Stampfen ließ nichts Gutes ahnen. Im Schein der Taschenlampe erkannte er eine Ziegelmauer mit einer großen Tür in der Mitte. Mühsam erhob sich Atiom und legte das letzte Stück in 15 Sekunden zurück, die sich wie eine Ewigkeit hinzogen. Die Tür bestand aus Stahlblech und tönte wie eine Glocke unter seinen Faustschlägen. Atiom trommelte aus Leibes Kräften dagegen, getrieben von den immer näher kommenden Schatten, die er in dem Halbdunkel undeutlich erkannte. Erst nach ein paar Sekunden begriff er, welchen Fehler er soeben begangen hatte und das Blut gefrore ihm in den Adern. Anstatt den vereinbarten Code zu übermitteln, hatte er die Wachen aufgeschreckt. Nun würden diese ihm unter keinen Umständen öffnen. Man konnte ja nie wissen, wer von dort oben alles in die Metro eindringen wollte. Wie ging das Signal nochmal? Dreimal kurz, einmal lang, dreimal kurz? Nein, das war doch SOS. Es waren sicher drei am Anfang und drei am Ende gewesen, aber ob lang oder kurz, das wusste Atiom nicht mehr. Wenn er jetzt zu experimentieren begann, konnte er es gleich vergessen. Dann lieber SOS. Zumindest begriff die Wache dann, dass sich auf der anderen Seite ein Mensch befand. Atiom donnerte nochmals gegen die Stahltür, zog das andere Gewehr von der Schulter und steckte mit zitternden Fingern Danielas Magazin hinein. Dann hielt er die Taschenlampe gegen den Lauf Die langen Schatten der verbliebenen Lampenständer überlagerten sich im Schein des Lichtstrahls und Atiom war sich nicht sicher, ob sich dahinter nicht irgendwo eine dunkle Gestalt verbarg. Jenseits der Stahltür herrschte immer noch absolute Stille. Mein Gott, dachte Atiom, war dies etwa die falsche Smolenskaya? Vielleicht war dieser Eingang schon vor Jahrzehnten versiegelt worden, weil ihn niemand mehr benutzte. Schließlich war er nicht Melligs Anweisungen gefolgt, sondern völlig zufällig hier angekommen. Womöglich hatte er sich geirrt. In nächster Nähe, vielleicht 15 Meter entfernt, knarzte eine Stufe. Atiom verlor die Beherrschung und feuerte blind links in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Das Echo schmerzte ihm in den Ohren. Dann wanderte es die Treppe hinauf zur Oberfläche. Doch nichts folgte, was dem Brüllen einer verwundeten Bestie ähnelte. Die Kugeln waren ins Leere gegangen. Ohne den Blick abzuwenden, drückte sich Atiom gegen die Tür und hämmerte erneut mit der Faust dagegen. Dreimal kurz, einmal lang, dreimal kurz. Plötzlich vernahm er ein schweres metallisches Knirschen auf der anderen Seite und genau in diesem Moment flog aus der Dunkelheit die Gestalt eines der Raubtiere mit rasender Geschwindigkeit auf ihn zu. Das Gewehr hielt Atiom in der rechten Hand und den Abzug drückte er fast zufällig, als er instinktiv zurückzuckte. Der Impuls der Kugeln drehte den Körper der Kreatur in der Luft und anstatt ihm an die Kehle zu springen, traf sie zwei Meter vor ihm zusammen. Doch im nächsten Moment erhob sie sich wieder, schwankte kurz. Dann sprang sie erneut und rammte Atiom gegen die kalte Stahltür. Doch da hatte Atiom ihr schon seine letzte Kugel in den Kopf gejagt und am Ende ihres Sprunges war die Bestie bereits tot. Die Wucht allerdings, mit der sie gegen Atiom prallte, hätte ausgereicht, in den Schädel zu brechen, wäre da nicht sein Helm gewesen. Die Tür öffnete sich und helles Licht schlug heraus. Von den Rolltreppen aus ertönte ängstliches Brüllen. Dem Klang nach zu urteilen, befanden sich dort mindestens fünf dieser Tiere. Kräftige Hände packten Atiom am Kragen und zogen ihn hinter die Mauer. Dann ertönte erneut ein metallisches Scheppern. Jemand schloss die Tür schob den Riegel vor. Unverletzt fragte eine Stimme neben ihm. Hast du gesehen, wen er da mit gebracht hat? fragte eine andere Stimme. Letztes Mal sind wir gerade noch los geworden und das nur mit Gas. Das hätte uns noch gefehlt, dass wir sich an der Smolens Geier einnisten. Die Arbeitsgeier reicht uns schon. Möglich wäre es. Sie mögen Männchen Fleisch. Lasst ihn, er gehört zu mir. Adjom, rei Adjom, wach schon auf. Die dritte Stimme kam Adjom bekannt vor. Er öffnete mit Mühe die Augen. Drei Männer beugten sich über ihn. Zwei davon, wahrscheinlich die Torwächter, trugen graue Jacken und Wollmützen und hatten kugelsichere Westen an. In dem dritten erkannte Adjom zu seiner Erleichterung Melnik. Ach, das ist er also, sagte einer der Wächter etwas enttäuscht. Na, dann nehmen sie ihn mit, aber vergessen sie nicht, er kommt erstmal in Quarantäne und muss dekontaminiert werden. Danke für die Nachhilfestunde, erwiderte der Stalker grinsend und reichte Adjom die Hand. Steh auf, Adjom, du warst ziemlich lange unterwegs. Adjom versuchte sich aufzurappeln, aber seine Beine versagten ihm der Dienst. Alles drehte sich, verschwamm vor seinen Augen. Ihm wurde schlecht. Er muss ins Lazaret, befahl Melnik. Während ihn der Arzt untersuchte, besah sich Adjom die weißen Karren an den Wänden des Operationssaals. Der ganze Raum glänzte, ein scharfer Chlorgeruch erfüllte den Raum, von der Decke hingen gleich mehrere Tageslichtlampen herab, auch Operationstische gab es mehrere und neben jedem hing ein Kasten mit gebrauchsfertigen Instrumenten. Die Ausstattung dieses kleinen Krankenhauses war beeindruckend, doch Adjom begriff nicht, warum es sich ausgerechnet an der Smolenskaya befand, die doch, soweit er sich erinnerte, eine friedliche Station war. Zum Glück nichts gebrochen, nur ein paar Prehlungen, konstatierte der Arzt und trocknete sich die Hände an einem sauberen Handtuch ab. Die Kratzer haben wir zur Sicherheit desinfiziert. Würden sie uns kurz allein lassen, bat Mänik, wir müssen etwas unter vier Augen besprechen. Der Arzt nickte verständnisvoll und ging hinaus. Darauf setzte sich der Stalker auf den Rand von Adjoms Liege und forderte ihn auf, alles genauestens zu erzählen. Mäniks Berechnung nach hätte Adjom zwei Stunden früher an der Smolenskaya auftauchen sollen und er war drauf und dran gewesen, nach oben zu gehen und nach ihn zu suchen. Die Geschichte mit Adjoms Verfolgern hörte er sich bis zum Ende an, jedoch ohne großes Interesse. Die fliegenden Ungeheuer bezeichnete er mit dem wissenschaftlich klingenden Wort Pterodactylus. Wirklich beeindruckt zeigte er sich lediglich von der Episode im Treppenhaus. Als Adjom die Vermutung äußerte, etwas sei die Treppe entlang gekrochen, während er in der Wohnung aussah hatte, runzelte der Stalker die Stirn und schüttelte den Kopf. Bist du sicher, dass du in den Schleim auf der Treppe nicht hineingetreten bist? Gott bewahre, dass wir diesen Dreck hier auf der Station verteilen. Ich habe dir doch gesagt, dass du die Häuser meiden sollst. Du kannst von Glück reden, dass es dich nicht in deiner Wohnung besucht hat. Mänik erhob sich, ging zu Adjoms Stiefeln, die neben dem Eingang standen und besah sich jede Sohle genau. Offenbar konnte er nichts Verdächtiges entdecken und stellte sie wieder zurück. Wie ich schon sagte, in die Polis führt für dir kein Weg zurück. Denn Brachmanen muss dir eine hübsche Geschichte auftischen. Sie glauben jetzt, dass ihr beide in der Bibliothek verschwunden seid und ihr losgegangen bin, um euch zu suchen. Was ist eigentlich genau passiert? Atiom erzählte noch einmal die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Diesmal berichtete er ehrlich, wie Danila zu Tode gekommen war. Erneut verfinsterte sich das Gesicht des Stalkers. dieses Ende behältst du besser für dich ehrlich gesagt, mir hat die erste Version wesentlich besser gefallen. Die zweite würde bei den Brachmanen zu viele Fragen aufwerfen. Du hast einen von ihnen umgebracht, das Buch nicht gefunden und die Belohnung trotzdem eingesteckt. Er sah Atiom misstrauisch an. Ach ja, was war das eigentlich? Atiom stützte sich auf den Ellbogen und holte aus seiner Tasche die mit getrocknetem Blut befleckte Tüte. Er blickte Melnik aufmerksam an und öffnete dann den Umschlag.